Herzlich Willkommen zum Podcast der Vinyard Basel. Mit einer Online-Spende auf unserer Website kannst du unsere Arbeit und Vision finanziell unterstützen. Vielen Dank fürs Mittragen und viel Spass beim Zuschauen. Ich habe den Auftrag bekommen, über etwas zu sprechen, was in mir brennt, was mich beschäftigt, was ich toll finde. Das Thema, das ich gewählt habe, klingt auf den ersten Moment vielleicht eher niederschmetternd. Und zwar glauben wir an einen Killergott. Das Thema beschäftigt mich schon recht lange. Ich bin christlich aufgewachsen, bin schon sehr früh christlich sozialisiert worden. Mein Papi ist Pastor und das hat mir einerseits mega geholfen, eine super Grundlage zu bekommen, die ich jetzt auch im Theologiestudium wahnsinnig gut darauf zurückgreifen kann. Ich habe trotzdem irgendwann angefangen, und ich glaube, das ist mehr als gesund, Fragen zu stellen, gewisse Sachen zu hinterfragen. Und ein Problem beschäftigt mich bis heute. Und das ist einfach das Schreiben all den Testaments. Einerseits steckt es voller tollen Geschichten, die auch mega mutigend sein. Psalmen sind so schöne Lieder, die vor allem David und Salomon geschrieben haben. Aber es gibt eben auch andere Stellen. Und mir ist aufgefallen, dass wir Christen angefangen haben, das Thema als Testament ein bisschen unter den Teppich kehren. Ich weiss nicht, ob ihr die Ägidion-Bible kennt. Die haben es einmal bei uns vor dem Pausenplatz verteilt, wo ich noch in der Schule gewesen bin. Dort drin ist das Neue Testament, die Sprüche und Psalmen. Alles andere fehlt. Es hat keine Gesetzbücher drin, es hat keine Propheten drin, es hat keine König drin. Einfach all die, sagen es mal, die kritischen Bücher, die verfänglichen Bücher, die fehlen. Oder auch so Events, so grosse Evangelisationen oder auch sonst, hat man einmal so die kleinen Lukas-Evangelien verteilt, wo einfach nur das Lukas-Evangelium drin ist. So ein wenig mit der Begründung, ja, das ist am unverfänglichsten. Das verstehen Leute, die Jesus noch nicht kennen, am besten. Aber warum machen wir das eigentlich? Als Kind haben wir einmal am Abend, bevor wir ins Bett sind, so einen Abschluss gemacht miteinander, als ganze Familie. Das heisst, wir sind in ein Kinderzimmer, wir haben irgendeine Geschichte gehört, wir haben ein Lied gesungen, wir haben gebetet und sind ins Bett. So kurzfassig. Die Geschichten sind nicht immer biblische Geschichten gewesen, wir haben auch anders gehört, aber oft sind es halt biblische Geschichten gewesen. Und ich habe zu Hause zum Beispiel nicht Harry Potter lesen, weil das zu brutal ist. Aber wir haben dafür Geschichten aus dem Alten Testament gehört, wo sehr viel Mord und Totschlag drin ist. Und die sind wirklich nicht harmlos. Und jetzt bin ich im Moment im Kinderland mit den Kindern konfrontiert. Wie gehe ich mit dem um, wenn ich all die Testamentgeschichten erzählen sollte? Wir haben erst gerade das Thema Noah gehabt. Grosse Aachen, viele Tiere. Herzig bis hierher. Nur sind rundherum Tiere und Menschen alle umgebracht worden, weil Gott bereut hat, dass er Menschen geschaffen hat. Wie bringe ich das jetzt dem Kind bei? Dass eben auch Tiere, die absolut unschuldig sind, starben sind. Und wie soll ich das überhaupt erzählen? Wie soll ich die Botschaft überbringen? Was ist eigentlich die Botschaft von dem? Oder habe ich überhaupt selber verstanden, um was es geht? Und kann ich mich damit abwinden? Man hat nicht nur die Geschichte von Noah gehört, wo alle sterben, sondern zum Beispiel auch die Geschichte von Mose, wo das Volk Israel aus Ägypten herausführt, nachdem es zehn Plagen gegeben hat. Bei der zehnten Plage sind alle erstgeborenen gestorben, außer die von den Juden. Nachher sind sie aus dem Ägypten heraus, weil der Pharaoel sie endlich geschickt hat, weil auch sein erster Sohn gestorben ist. Und dann sind sie durch das Meer durch, das sich für sie geteilt hat. Und kaum sind alle Israeliten draussen und alle Ägypter hin, geht das Meer zusammen und alle vertrinken. Eine Geschichte, die ich als Kind gehört habe. Oder der Joshua, wo an sieben Tagen um die Stadt Jericho läuft. Und am siebten Tag fällt die ganze Stadt in sich zusammen, ausser das eine Haus, wo Rahab und ihre Familie drin wohnt. Und die Israeliten hatten die Aufgabe, alle zu töten. Männer, Frauen, Kinder, Tiere. Niemand mehr durfte überleben. Alle mussten sterben. Oder die Geschichte von Salomon. Da gab es zwei Frauen. Die zwei Frauen haben je ein Kind geboren. Und von der einen Frau ist das Kind gestorben. Dann gab es sein tote Kind der Frau, die noch ein lebendiges Kind hatte und ihr das lebendige Kind weggenommen hat. Am nächsten Morgen hat die Frau mit dem tote Kind gedacht, das ist nicht mein. Und da gab es einen riesen Krach. Die sind Frau der Salomon. Und der Salomon seine Lösung war, ich halbiere das Kind, wir können beide eine Hälfte haben. So Geschichten stehen in der Bibel. Und so Geschichten, mit denen sind wir konfrontiert, einerseits als Kind, aber auch jetzt. Und wie erklären wir die? Und wir lesen die Geschichten und irgendwie sind sie schon verstörend. Und irgendwie, wenn wir uns wirklich die Mite auseinandersetzen, kommen uns ganz viele Fragen. Und Gott und Gewalt gehören im alten Testament irgendwie ein bisschen zusammen. Aber es ist ja irgendwie auch immer ein bisschen lieb gemeint, weil sein Volk wird ja verschont. Und Gott töten oder je nachdem lässt töten. Und eben, es hat meistens irgendeinen guten Zweck und man kann es irgendwie erklären. Aber ist das der Kern von dem, was wir gelaufen, dem Evangelium. Und ich möchte ein Beispiel mit euch anschauen und ein bisschen vertiefter anschauen, den ich auch länger mit mir herumgetragen habe. Und das ist der Abraham. Und ich möchte euch den Text gleich vorlesen. Der steht im 1. Mose 22. Für die, die ihr mitlesen möchtet, ich habe einen dabei. Ihr dürft ihn hier oder in eurer eigenen Bibel lesen. Ich lese ihn euch vor. Einige Zeit später stellte Gott Abraham auf die Probe. Abraham, rief Gott. Hier bin ich, antwortete Abraham. Nimm deinen einzigen Sohn Isaac, den du so lieb hast und geh mit ihm ins Land Moriah. Dort werde ich dir einen Berg zeigen, auf dem du Isaac als Brandopfer für mich opfern sollst. Am nächsten Morgen stand Abraham früh auf, er sattelte seinen Esel und nahm seinen Sohn Isaac sowie zwei seiner Diener mit. Dann spaltete er Holz für das Brandopfer und machte sich auf den Weg zu dem Ort, der Gott ihm genannt hatte. Nach drei Tagen entdeckte er den Berg in einiger Entfernung. Wartet hier und mit dem Esel auf uns, wies er seine beiden Diener an. Der Junge und ich werden noch ein Stück weiter gehen. Dort oben werden wir Gott anbeten und dann zu euch zurückkommen. Abraham nahm das Holz für das Brandopfer vom Esel und legte es Isaac auf die Schultern. Er selbst trug das Messer und das Feuer. Während die beiden zusammen auf den Berg stiegen, fragte Isaac, Vater? Ja, mein Sohn, antwortete Abraham. Wir haben Holz und Feuer, sagte der Junge. Aber wo ist das Lamm für das Opfer? Gott wird für das Lamm sorgen, mein Sohn, antwortete Abraham. So gingen sie zusammen weiter. Schliesslich kamen sie an die Stelle, die Gott Abraham genannt hatte. Dort baute Abraham einen Altar an und schichtete das Holz darauf. Dann fesselte er seinen Sohn Isaac, legte ihn auf den Altar, oben auf das Holz. Abraham nahm das Messer, um seinen Sohn als Opfer für den Herrn zu töten. In diesem Augenblick rief der Engel des Herrn ihn vom Himmel. Abraham, Abraham. Ja, antwortete er, ich höre. Lass es sein, sagte der Engel. Tu dem Kind nichts, denn jetzt weiss ich, dass du Ehrfurt vor Gott hast. Du hättest sogar deinen einzigen Sohn auf meinen Befehl hin geopfert. Da sah Abraham auf, entdeckte einen Schafbock, der sich mit den Hörnern in einem Busch verfangen hatte. Er holte den Schafbock und opferte ihn anstelle seines Sohnes als Brandopfer. Also nochmal. Gott sagt Abraham, er soll seinen Sohn opfern. Der Sohn, den er ihm versprochen hat, der Sohn, der es Wunder war, dass er überhaupt auf die Welt kam. Abraham war Hunderte, seine Frau Sarah 99. Der Sohn, wo Gott ihm gesagt hat, mit ihm möchte ich dir ein grosses Volk schenken, wo so viele Menschen sind, wie Sand am Meer. Oder so viele wie Sterne am Himmel. Der Sohn, den sollst du jetzt opfern, weil alles, was ich dir vorher gesagt habe, das ist alter Kaffee, das vergessen wir jetzt. Jetzt musst du ihn opfern. Abraham ist dann ins Bett gegangen und hat genau das gemacht, was ihm geheissen worden ist am nächsten Tag. Sie sind los, nach drei Tagen Wanderung, haben die Diener und Esel zurückgelassen und sind das Zweite weiter. Und die Isaac hat wahrscheinlich nicht recht gewusst, wie es passiert. Und er ist auf dem Altar gelegen und sein Papi mit dem Messer über ihm. Mal ganz abgesehen vom psychischen Schaden, den wahrscheinlich der Junge hat, was ist da ganz genau abgegangen? Wie würdet ihr reagieren, wenn ihr mit eurem Papi wandern geht und plötzlich steht er mit dem Messer über euch und will euch töten? Vor allem dann noch mit der Begründung, Gott hat gesagt, ich soll das machen. Das Vertrauen in Vater wird doch komplett zerstört. Und wir reden gar nicht erst vom Bild, das dieser Junge jetzt über Gott hat. Aber genau das ist auch eines unserer Grundprobleme, das wir als gute Christen haben. und wir überlegen uns dann gar nicht, was heisst jetzt das? Und die Geschichte geht ja dann gut aus. Wir blenden solche Texte manchmal ein bisschen aus, weil wir auch Mühe haben, sie zu erklären. Vielleicht wollen wir einfach einmal den Text lesen, indem wir unseren Namen einsetzen, statt den von Isaac. Und dass unser Papi der ist, der mit uns unterwegs war. Oder nochmal anders, ihr als Eltern, kommt die Aufgabe über, müssen uns Kinder opfern. Ich weiss nicht, wer von euch bereit zu dem wäre. Ich wäre es nicht. Und ich glaube, erst wenn wir an den Punkt kommen, und wir das auch auf uns versuchen zu betragen, kommen wir auf den Gedanken, was geht da eigentlich ab, was soll das, was hat Gott eigentlich da wollen, was will uns der Text sagen. und ich glaube, diese Haltung ist mega wichtig, dass wir uns überhaupt überlegen können, was für eine Brille brauchen wir, um den Text zu lesen und welche Grundvoraussetzungen wir haben, um diese Frage zu beantworten. Und wir als Gemeinde haben so Wert formuliert, wir als Leitungsteam sind lange dran gesessen und einer von diesen Werten ist, dass Gott nie anders ist, als er sich in Jesus gezeigt hat. Und wir finden da auch Stellen der Bibel dazu. Das eine ist die Stelle, da fragen die Jünger Jesus, die ihnen angekündigt, dass er nicht mehr lange unter ihnen sein wird, was machen wir denn ohne dich, wieso gehst du zurück zum Vater, wir haben doch keine Ahnung, wer der ist, wir haben den noch nie gesehen, aber dich schon. Und dann sagt Jesus zu ihnen, wer mich gesehen hat, der hat den Vater gesehen. Oder Paulus beschreibt es im Kolossenbrief, Christus ist das Bild des unsichtbaren Gottes. Wir sind in der festen Überziehung, dass wenn wir Jesus und sein Leben anschauen, dass er der ist, der uns ein Bild gibt, das wir von Gott haben können. Also ist unsere Aufgabe, wenn wir in der Bibel lesen, dass wir die Bibel durch die Brille von Jesus lesen. Man kann die Bibel ganz unterschiedlich lesen. Man kann sie mit seiner eigenen Meinung lesen, man kann sie mit der Meinung von anderen lesen, man kann sie auch gar nicht lesen. Wenn man sie lesen, dann ist es sehr, sehr wichtig, wie man mit ihnen umgeht. Und ich habe zwei Bibeln versucht zu malen und die Brille die Brille die Brille die soll immer Jesus heissen. Und was sagt jetzt der Jesus? Was lernt er uns? In der Bergpredigung sagt er, liebt eure Finde, tun den Gutes, die euch hassen. Also nichts von Mord und Totschlag. Totschlag. Oder wenn die Sadduzer ihn fragt, das sind so Gelehrte aus dem Volk Israel, was das wichtigste Gebot ist, dann sagt er zum einen, liebt den Vater von ganzem Herzen und mit ganzer Kraft und liebt den Nächsten wie euch selber. Wir finden nicht nur im Neuen Testament von Jesus so stellen, sondern auch Gott, der Gesetz gegeben hat, hat er gesagt, du sollst nicht töten. Zweite Mosi. Wie geht das zusammen mit dem Gott, den wir lesen in der Bibel, der befiehlt, man soll Leute umbringen, wo Leute sterben. Abraham sagt, du dein Kind opfern, weil ich das von dir verlange. Wir antieren sehr schnell dazu, dass wir davon ausgehen, wenn Gott den Auftrag gibt, dass es völlig in Ordnung ist. Aber wie kann ein Gott, der so Liebe predigt in Jesus, Frieden und eben nicht Mord und Totschlag, wie kann den umbringen? Und töten ist ein Sünd. Aber Gott ruft zu dem Töten auf, zu dem Sündigen auf. Und dabei sind wir wieder beim Problem, dass es völlig normal ist, wenn Gott einen Auftrag gibt und da das sind zum Beispiel die Kreuzzüge nachher gerechtfertigt worden. Es ist ein sehr dunkles Kapitel in der Kirchengeschichte, ist relativ lange her. Martin hat vorhin Deutschland angetönt. Zweite Weltkrieg. selbst der Hitler hat begründet, man muss alle Juden umbringen, wie sie Jesus umgebracht haben. Und auch heute, wo sind wir heute wieder in dieser Gefahr? Es gibt Leute, die rufen dazu auf, dass wir gegen die Mosleine aufstehen müssen. Und fangen fast einen Religionskrieg an an. Menschenkrieg haben. Wir hatten den Rechtsrutsch in unserer politischen Lage, das ist nicht nur in Deutschland so, das ist ja auch in der Schweiz und in ganz Europa so. Immer wieder in unserem Leben kommen wir an die Punkte, wo wir entscheiden müssen, wie wir genau mit dieser Bibel umgehen und wie wir Sachen begründen. Wenn ich die Brille aufsetze von Jesus und so an den Text herange, dann merke ich, dass der Text seine Message ist nicht bring deine Kinder um. Da muss irgendetwas anderes dahinter sein. Wir sehen am Beispiel von Abraham, dass es dort um Kindsopferung geht. Und in der Bibel sagt Jesus im 3. Mose, sagt Gott im 3. Mose, dass es explizit verboten ist, Kinder zu opfern. In der Antike war das gängige Praxis, dass man das gemacht hat. Der älteste Sohn musste durchs Feuer gehen. Das heisst, man hat den ältesten Sohn geopfert mit einem Brandopfer, um den Göttern positiv zu stimmen. Das waren vor allem die Götter Baal und Aschera, wo das in der Religion regelmässig praktiziert worden ist. Und Gott hat genau diese Kindsopferung verhindert, weil er nicht möchte, dass man in seinem Namen Kinder opfern oder töten. Ob er wirklich befallen hat, dass Abraham sein Kind opfern soll, ist für mich fragwürdig. Ich glaube nicht, dass Gott einfach uns so auf die Probe stellt. Das glaube ich nicht. Aber am Beispiel von Abraham möchte ich euch ermutigen, beim Bibellesen eure Brüllen gut zu überdenken. Wie lesen wir die Bibel? Verstehen wir, was eigentlich die Aussage ist von dem Text? Lesen wir die Bibel einfach so als einzelne Geschichten, die mal dastehen oder lesen wir sie in einem grossen Zusammenhang? Wenn wir diese Bücher miteinander verbinden, verstehen wir, dass der Gott vom Alten Testament nicht ein anderer war als der vom Neuen Testament. Die Geschichte von Abraham, von Noah und auch von vielen anderen sollen uns zeigen, wie sich die Beziehung von Gott und Mensch entwickelt hat. Und die Geschichten sind von Menschen geschrieben. Die zeigen sehr viel auch von ihrer Sicht, wie sie Gott gesehen haben. Aber nicht Gott hat sich im Verlauf der Bibel verandert, sondern die Sicht, die wir Menschen auf ihn haben. Und die Beziehung hat sich entwickelt, die wir Menschen zu Gott haben. Wenn wir die Bibel als Buch von einer Entwicklung sehen, über die Beziehung von Mensch und Gott. Und wenn wir uns auch damit auseinandersetzen, wissen, was sind das für Leute, die den Text geschrieben haben, kann man auch über Textgattung sich informieren, historischen Hintergrund. Eine Kindsopfrage zu dieser Zeit war einfach absolut normal. Erst dann sind wir wirklich in der Lage zu verstehen, was der Text will sagen und wir müssen uns nicht mehr schämen dafür, was da steht. Wir haben als Leitungsteam vor zwei Wochen einen neuen Wert definiert, wie wir gemerkt haben, dass der wahnsinnig zentral und sehr wichtig ist für uns. Dann geht es so. Wir nehmen die Bibel immer ernst, aber nicht wörtlich. Nicht immer wörtlich, sorry. Die Bibel erzählt die inspirierte Geschichte über die Entwicklung der Beziehung zwischen Gott und Mensch. Das heisst, die Bibel ist uns sehr wichtig. Wir nehmen sie sehr ernst und sie ist Gottes inspiriert das Wort. Aber wir nehmen sie nicht immer wörtlich. Wir hinterfragen, was der Text uns sagen will. Bei unserem Beispiel von Abraham und Isaac kann man auf der einen Seite schliessen, dass Gott uns testen will und dass er alles von uns will und dass er erwartet, dass wir unsere Kinder ihr Leben opfern für ihn. oder vielleicht geht es auch viel eher um die gängige Praxis von Töten, wo Gott nicht einverstanden war. Und ich bin überzeugt, dass Gott heute noch durch die Bibel spricht und dass sie heute noch höhere Relevanz hat. Sie ist aber ein altes Buch mit alten schriften und es ist sehr wichtig, dass wir uns auseinander sehten, wie das gemeint ist. Und das ist nicht einfach. Man hat als Christ nicht einfach die Fähigkeit, dass man das versteht. Und wir leben in dieser Spannung zwischen es steht in der Bibel, aber es widerspricht dem Bild, das Jesus uns von Gott gegeben hat. Aber wir können ganz auf Jesus vertrauen und eigentlich unser das ganze Bibelwissen auf eine Stelle reduzieren. Liebe Gott von ganzem Herzen und mit ganzer Kraft und dein Nächster wie dich selber. Es existieren in der Bibel nicht zwei Götter. Es ist nicht der böse blutrünstige Gott aus dem Alten Testament und der liebe Jesus aus dem Neuen Testament. Das ist ein Gott und er hat sich nicht verändert. Aber wir und unsere Beziehung zu Gott und unsere Sicht Ich wünsche mir sehr für uns und unsere Zukunft dass wir die Sicht auf die Bibel noch viel mehr kultivieren. Gott ist nie anders als er sich in Jesus gezeigt. Martin ist für mich ein riesiges Vorbild wenn es genau um so Stellen geht. Er hat immer gesagt dass die Bibel Gottes Absicht war aber nicht Gottes Ansicht. Das entschärft sehr sehr vieles. und die Bibel ist wichtig und sie ist relevant aber sie gehört nicht zu den Viereinigkeiten Gottes sondern es ist nur eine Dreieinigkeit Gottes es ist Gott Vater Sohn und Heilig Geist und nicht Gott Vater Sohn Heilig Geist und Bibel und ich wünsche mir dass wir die Bibel die so voller Wahrheit ist und so voller Inspiration für uns Menschen erzählen und uns nicht dafür schämen dass wir in der Lage sind sprachgewand zu werden dass wir nicht mehr sprachlos sind und wenn ihr jetzt die Bibel lest dann ermutige ich euch bewusst die Brille von Jesus aufsetzen und euch immer überlegt was hat Jesus gelehrt und wie hat er das gemeint es soll nicht ein Buch sein das in Erklärungsnot bringt oder das wir verstecken sondern Gott ist immer der gleiche gewesen ist heute und er ist morgen und er immer Liebe gewesen er ist heute und er ist morgen falls ihr euch interessiert noch mehr über das zu lesen oder zu vertiefen in das Thema dann kann ich euch zwei Bücher empfehlen das eine ist gerade auf Deutsch raus gekommen das ist What is the Bible von Rob Bell und er tut genau die Thematik sehr fest aufbringen das ganze Buch über das geschrieben es lohnt sich sehr das zu lesen und das andere das geht in eine richtige Richtung das ist von Brian Son das habe ich dabei das ist Sinners in the hand of a loving God und ich ermutige euch sehr dass ihr im Gespräch seid miteinander und so euer Bibelverständnis dass wir miteinander unser Bibelverständnis je länger je mehr entwickeln und feststellen wie wertvoll das das Buch eigentlich ist ich hoffe ich kann euch etwas lustig machen auf auch die schwierigen Texte im alten Testament und freue mich natürlich wenn ihr euch wieder mehr damit beschäftigt wenn ich mich wieder mehr damit beschäftige mich hat es gepackt ich lese im Moment all die schwierigen sachen und bin viel am nachlesen und herausfinden und hoffe wirklich sehr dass uns allen das gelingt sprachfähiger zu werden band darf dich sonst führerkommen ich würde zum abschluss noch betten jesus danke viel mal hast du mit der bibel einfach ein buch geschenkt wo wir so viel über dich lernen wo wir so viel von dir gesinnt und ich bitte dich einfach dass du uns immer mehr offenbarst dass wir immer mehr verstehen und realisieren wie das gemeint hast und was die geschichte ist die du mit uns schreibst heute und wo du damals mit den leuten geschrieben hast